Willkommen zu einem ganz kleinen neuen Video. Wir sind hier in Klausen und heute verbringen wir mal 3-4 Stunden hier. Gucken uns ein bisschen was an. Heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, hoffentlich der Rock als Testfahrt Richtung Brenner. Ich bin gerade mit den 1826 hoch. Gleich haben wir den Railjet und ja, es ist noch ein bisschen früh. Deshalb ist das Wetter jetzt noch nicht so optimal. Ich hoffe aber, dass es jetzt hell genug wird, um das Bild gut zu bekommen. Wird schon irgendwie gehen. Unten im Bozen stand eine Vectron, MRGE, die wird jetzt auch bald hochkommen mit ihrem Güterzug. Und ansonsten haben wir nicht viel. Mal gucken, was so abgeht. Schön, diese Vastosa-Wagen. Die sind sehr selten hier, bzw. die habe ich noch nie gesehen hier. Nur einzeln, aber nicht als ganzen Schub mit diesem Wastosa-Kesselwagen. Das ist mir was ganz Neues, das soll die hier sehen. Mit einer 405 vorne drauf. Also der Rock fährt rein theoretisch hinter dem Regionalexpress. Einige Leute sagen, er fährt als Regionalexpress. Was ich aber nicht glaube, denn das ist eine Testfahrt und ich vermute mal nicht, dass eine Testfahrt mit Passagierdienst stattfindet. Alle sagen aber, er fährt als Regionalexpress, bzw. direkt dahinter. Keine Ahnung, woher die das haben. Ich habe die Information auch nicht verifizieren können. Also niemand hat mir eine Quelle dazu angegeben. Also das scheint wohl intern so herausgekommen zu sein. Deshalb bin ich mir recht unsicher, was da jetzt wirklich stimmt und was nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Wenn nichts kommt, kommt nichts. Dann wundere ich mich aber auch nicht, dass nichts kommt. Weil so komische Infos, wie da teilweise rumschwirren, ja, keine Ahnung. So, das war jetzt der Railjet Richtung Wien. Und der hat wie immer hinten keine Railjet-Lackierung. Der hat einfach eine ganz normale ÖBB-Taurus. Das ist so schade, dass der Railjet nicht komplett ist. Weil dann muss man immer berücksichtigen, wie man den fotografiert. Ob man den mit oder ohne Lok fotografiert. Und das ist immer so anstrengend, weil es ist halt einfach kein schönes Bild, wenn die Railjet-Lackierung nicht vollständig ist. Hier hört man die Züge übrigens so laut, wenn sie da drüben sind. Die hört man da drüben richtig laut herschallen. Da sind sie nämlich in der Kurve und gehen dann Richtung Trixen weiter. Und hinten am Bahnhof hören wir sie überhaupt nicht. Also da haben wir null Vorwarnzeit. Zweit-Signal haben wir hier auch kein Zweit- und Breit. Und wenn, dann hätten wir eh nur ein Blocksignal. Das ist richtig blöd. Da schleicht sich langsam etwas an. Das ist der Regio mit seinem Trentino-Flirt. Und den finde ich wunderschön. Wunder, wunderschön. Wunder, wunderschön. Untertitelung des ZDF, 2020 So und jetzt können wir den hier mal zugucken, der sticht hier recht gut aus der Landschaft heraus mit seinen Farben, wie der hier die Kurve in Richtung Brixen nimmt. Das ist hier nämlich eine schöne Kurve und hier hört man immer die Güterzüge ordentlich klappern und den hier hört man auch ordentlich rüberschallen. Also das ist extrem. Und hier haben wir den Gegenzug, ein bisschen Verspätung hat er, Regionalzug von Brenner nach Miran von Scherz. Jetzt ist von unten noch immer kein Güterzug gekommen, obwohl schon gut Zeit um ist, wundert mich gerade ein bisschen. Aber mal sehen, vielleicht muss noch irgendwie irgendwas gemacht werden oder keine Ahnung was da los ist. Pendlerzeit ist ja noch nicht ganz um, wer weiß, wer weiß. Da redet man vom Güterzug, da kommt der Güterzug. MRTE 189 So, das ist jetzt der Güterzug, den ich unten gesehen habe. Ich glaube nur, dass eine 189 vorne dran gehangen wurde, die stand eben auf dem Stumpfgleis. Also die Züge lassen sich hören, wenn sie von Norden kommen, ey. Alter, wird das laut. Ich hoffe, dass das auf der Kamera so rüberkommt, weil das ist brutal. Oh je. So, hier haben wir was ganz feines. Altmann Container. Hier sehen wir in letzter Zeit oft, was ist denn los mit denen? Und wieder die Avery Connection. Und diese MRTE-Vektion. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Die hat an der Seite dieses Beyond Borders-Spielen. Ich habe keinen Plan davon, was das sein soll. Also warum die auf einmal so da ist. Ob die neu ist oder ob die einfach nur von irgendeinem anderen Land ist oder keine Ahnung was da los ist. Und wieder die Avery Connection. Make, Zero, Chain, Elite, Brighter, Peace, Days, Lackierung. Und das geht alles logistisch. Schön. Ich mag den Zug. Der bringt immer Freude in mein Leben. Oh, wetten der bleibt heute wieder im Brandstall stehen und wird überholt. Ach, meine Güte. Das hat mich jetzt erfreut. Jetzt wird es nochmal kälter. Und nochmal eine MRTE 189. So, der Regionale Express ist hier. Sehr schön. Ich vermute mal, dass das der ist, den wir schon mal gesehen haben, wo alles in neuer Lackierung ist. Auch die Lok hinten dran. Ja, perfekt. Und alles MDVE. Also, alle Türen sind außen an den Wagen angebracht. Eine sehr schöne Garnitur. Gefällt mir. Mir wird gerade gesagt, dass der Rock im roten unten steht. Aber nicht weiter fährt. Da war die so schöne Garnitur. Bewundern. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Diesen schönen Regionale Express. Mir wird gesagt, dass der Rockbozen unten steht und nicht weiter fährt. Ich bekomme jetzt gerade keine Rückmeldung, ob er gestartet ist oder nicht. Das war jetzt schon fünf Minuten her. Könnte jetzt natürlich sein, dass die das alles irgendwie vermasselt haben, weil die ganzen Infos nie richtig offiziell waren. Und der jetzt nur bis Bosen gefahren ist. Aber, da ich keine Rückmeldung bekomme, gehe ich mal nicht vom Schlimmsten aus und richte mich dann trotzdem so her, als würde er kommen. Vielleicht kommt er ja. Mal sehen. Also, ein Rock ist das keiner. Wo ist ein Meer abgefliehen? Interessant. Der hält sogar. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich nicht so gestresst. Geil. Das ist er jetzt. Das war jetzt der Rock als Regional Express in Testphase. Das war jetzt auf jeden Fall wundervoll. Schön, dass der auch hier gehalten hat. Der simuliert richtig die Fahrt eines Regionalexpresses. Der macht nicht nur irgendwie eine Testfahrt hoch, um zu gucken, ob das mit den Tunnels passt. Der macht es auch richtig. Und das freut mich doch. Jetzt weiß ich auch, warum der eine Kollege meinte, er ist im Bozen angehalten. Ich habe da voll Angst bekommen. Aber damals muss der halt da anhalten, weil ist ja ein Regionalexpress und der hält ja in Bozen. Deshalb alles, alles gut. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschau. MAU 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 MAU